Ein sauberes Fluggerät im Maßstab 1 zu 12. Bislang ist Le Mans eher für Autorennen mit reichlich CO2-Ausstoß bekannt. Nun entsteht hier das CO2-freie Luftschiff der Zukunft. Der Heliumballon ist solargetrieben und hat lenkbare Flügel. Seine französischen Väter sehen ihn als grüne Alternative. Das Aerolab ist der Vorläufer der lenkbaren Flugzeuge von morgen, ohne Kohlendioxid-Ausstoß. Das ist das Transportmittel der Zukunft und unser Projekt soll in die industrielle Aerolab-Fertigung münden. Möglichst wenig Energie soll das Luftschiff verbrauchen. Designer Gaspar Schlumberger hat sich vom Flug der Möwen inspirieren lassen. Doch so sicher wie ein Vogel fliegt seine Erfindung bisher bei weitem nicht. Man braucht Motoren, die viel weniger verbrauchen als klassische Antriebe, sonst funktioniert gar nichts. Ein Luftschiff muss schnell genug fliegen können, um gegen die Winde anzukommen. Die Erfinder sind zuversichtlich, dass ihr kleines Modell auch in großem Maßstab fliegen kann. Man braucht etwas mehr Geld, dann wird es laufen. Man hat das Gefühl, es wird sehr lange dauern, aber tatsächlich dürfte das innerhalb weniger Wochen machbar sein. Für knapp vier Millionen Euro, so schätzt der Institutschef, könnte dieser Entwurf in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Das Luftschiff könnte dann ohne CO2-Ausstoß über Städte fliegen und eines Tages selbst über den Atlantik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.